Ich habe sie begraben, Joe. Mein eigenes Kind. Du weißt, was das bedeutet. Gerade du musst das wissen. Ja. Na, Kumpel. Eben haben wir noch Hochzeit gefeiert. Scheiße. Von der Familiengruft hat sich Dr. Garner nicht abbringen lassen. Du musst Joe verstehen. Er braucht einfach einen Platz, wo er trauern kann. Was tut dein guter Vater? Seinem Sohn den Weg zeigen. Dabei wusste Dominik immer selber ganz genau, was er wollte. Wo ist dieser See, an dem sie beide waren? Danke, dass du mein Freund warst. Du bist mein bester Freund. Deinetwegen hatte ich die schönste Zeit überhaupt. Bis zum nächsten Mal. ualf Jetzt Richtig cooles Video, oder? Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann klickt doch einmal hier drauf. Und wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, klickt doch hier drauf. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo.